Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Aufträgen zu Halloween. So, dieses Mal erhalte Schilde durch Jellybeans. Die Jellybeans kriegen wir, wenn wir an Türen klingeln und die Klingeln kaputt machen. Oder auch hier diese Dekoration zu Halloween kaputt machen. Da kommen halt Süßigkeiten raus. Und wenn wir dann Jellybeans dabei haben, können wir die essen. Erhöhen dadurch unser Schild. Und das ist auch schon alles. Natürlich habe ich noch einen kleinen Clip für euch, damit ihr genau seht, wie das Ganze auszusehen hat. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.